Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Baerpo News. Wir melden uns heute mit einem absoluten Highlight, sozusagen mit einer Revolution. Wir haben ja vor einigen Monaten diese Revolution auch angekündigt. Wir haben gesagt, wir revolutionieren die Spine-Technik und das haben wir auch mit unserem Arrow Analyzer. Bei der Arta Show, der weltgrößten Bogensportmesse, wurde der Arrow Analyzer als die einzige wirkliche Innovation seit Jahren gefeiert. Der große Vorteil unseres Arrow Analyzers ist an erster Stelle, dass der klein, handlich und praktisch ist. Und vor allen Dingen kann er alles, nicht nur dem Pfeil spinen. Das allererste, was auffällt, ist, wenn ich den Schaft auflege oder den Pfeil, dass ich im Display des Arrow Analyzers und natürlich auch am Computer sofort das Gewicht des Pfeiles sehe. Und wirklich, nur mit einem einfachen Fingerdruck, ich biege den Pfeil nach unten und berühre diesen kleinen Messblock hier, kann ich den Spine ermitteln. Vor allen Dingen, es ist nicht nur der Easton-Standard hier bei diesem Carbon-Pfeil. Ich kann mittels eines einfachen Mausklicks oder wie hier am Touchscreen mit der Berührung des Fingers von Easton-Standard auf ETE-Standard umstellen. Als kleines Nebenprodukt kannst du natürlich auch überprüfen, ob die Spitzen das wirkliche Gewicht haben. Ich lege die Spitze oder hänge die Spitze einfach hier in diese kleine Einsparung ein und sehe auch sofort hier auf dem Display oder bei mir am Computer das Gewicht. Ein ganz großer Riesenvorteil ist, dass diese Daten nicht nur hier irgendwo an einer Skalierung zu sehen sind, sondern dass ich hier eine digitale Historie habe. Die Gradigkeit des Pfeils, das Gewicht des Pfeils und auch das Beinwert werden hier sofort abgespeichert. Und um den ganzen noch die Krone aufzusetzen, kann ich mittels zwei einfacher Mausklicks die Daten kopieren und in ein Excel-Format oder ein Open-Office-Format exportieren. Jetzt kommt eine ganz wichtige Angelegenheit, die es uns ermöglicht, die Gradigkeit des Pfeils unter Belastung zu ermitteln. Ich lege den Pfeil auf, bekomme sofort das Gewicht, drücke den Pfeil durch, bekomme sofort den Spine, drücke hier das Knöpfchen, um den zweiten Spine-Prozess durchzunehmen, drehe den Pfeil, drücke nach unten, bekomme die zweite Messung und sehe sofort hier die Gradigkeit des Pfeils, 003 in diesem Fall. Um dem Ganzen natürlich die Unabhängigkeit zu geben, damit ich dieses Gerät nicht nur zusammen mit dem Computer benutzen kann, kann ich das Gerät auch mittels einer externen Stromquelle steuern und mit Energie speisen. Jegliche, ja nicht jegliche, es gibt einige Powerbars, die nicht funktionieren, aber mit einer einfachen elektronischen Powerbar kann ich das Gerät im Clubheim, im Wald oder an jedem beliebigen Platz benutzen. Ja, was will ich noch sagen an dieser Stelle? Als ich von dieser Idee hörte, als mir der junge Softwareingenieur diese Idee präsentierte, war ich absolut begeistert. Ich bin sicher, dass dieses Gerät seinen Einzug an viele Stellen des Bogensports halten wird. Und wo ich hundertprozentig sicher bin, ist, dass jeder Fachhändler dieses Gerät bei sich aufstellen wird, um die Daten der Pfeile und der Hersteller zu überprüfen. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und freue mich, euch bald wieder bei einer neuen Ausgabe von Bärpo News zu sehen. Herzlichen Dank und Tschüss! Bärpo News Vielen Dank.